Lass uns mal hier hochgehen, mal gucken, was wir da haben. Definitiv ein Gang, der noch zu einem Gang führt. Interessant. Definitiv interessant. Kann man nicht irgendwie verschieben? Wie riesig ist das jetzt? Heftig. Echt mal heftig. Und Schotgewehr-Munition. Das ist gut. Können wir definitiv geboren. Ja. 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 Das ist ein schlaues Mädchen, die Maura. Der ist da direkt aufgefallen. Ich nehme auf jeden Fall eine Tür. Ja. 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 Ich habe eine Liste der Terror-Safe-Mitglieder zusammengestellt, die am besten für diese Runde für die Experimente geeignet sind. Sie haben als Erfahrung mit Bioterrorismus und Viren. Die psychologische Beurteilung haben alle mit Bravur bestanden. Sie alle haben ursprüngliche Gräuze erlebt und sind in einem Stück davon gekommen, was auf eine starke Resistenz gegenüber emotionalen Trauma hindeutet. Nummer 6 war nicht direkt in bioterroristischen Ereignissen innoviert, aber ihre Testergebnisse waren vielversprechend, also habe ich sie ebenfalls mit aufgenommen. Alles in allem denke ich, dass dies eine starke Kundenliste ist. Ich bin sicher, sie werden mir dazustimmen. Es liegt jetzt alles in ihren Händen. Ich werde da draußen sein, falls sie irgendwas benötigen. Ah, Moira. Ja. Das war klar. Das war klar, dass Moira dabei ist. Die hatte ja keinen Terrorismus. Moira, bist du schreit? Nein. Ich bin... Ich bin... Ich bin einfach, um zu sehen, etwas mehr klar zu sehen. Ja, arme Claire. Goldener, geladener Schuss und einfacher Taffer. Mhm, hm, hm. Machen wir das mal. Machen wir das mal. Ah, das geht nicht. Das ginge. Okay, was haben wir hier? Brief an meine Genossen. An meine Mitvisionäre. Die Zeit ist endlich gekommen. Alles kam so, wie ich es gesagt habe. Was jetzt noch bleibt, ist die Erfüllung von einem Teil der Vereinbarung. Und dann kann ich abschließen, was wir vor sieben Jahren begonnen haben. Mit einer kleinen Bauer ist alles, was ich brauche, um die Welt zu verändern. Aber die Welt verändert sich bereits und nicht in eine gute Richtung. Die jüngsten Ereignisse in Afrika sind ein Beleg dafür. Solch Wahnsinn wird sich wiederholen, bis außer Trauer und Verzweiflung nichts mehr übrig bleibt. Die Welt braucht jemanden, der das Ruder ergreift und sie durch die stürmischen Zeiten führt. Lanscale hatte natürlich recht, was er in Theronica versuchte. Sie nannten ihn ein Schurken, aber er ist ein Held. Er versuchte, uns zu retten. Er verstand das genau wie wir auch. Ich werde alles tun, was nötig ist, um seine Vision in Realität werden zu lassen. Er als Einziger erkannte, dass Opfer nötig sind, um das Gute darauf aufgebaut werden kann. Selbst wenn das bedeutet, mit dem Teufel persönlich Handel zu treiben. Also was ich hier annehme, dazu ich jetzt einfach mal aussprechen, ist, dass Wesker noch lebt. Das ist nicht gut, dass ein Aufzug hier unter den Runden gekommen ist. Das ist nicht gut, dass es nicht gut ist. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Geh weg von mir! Es gibt keine FBC-FB-FB-FB-FB-FB-FB-FB-FB. Ich verabschiede meine Anzahl. Es ist kein Möben. Es ist... ...POWER! Oh, 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 oh! Scheiße, ich dachte schon, dass ich gegen ihn kämpfen musste. Ah, es wird schneller. Oh, 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 oh! Okay, jetzt weiß ich, was ich zu tun habe. Oh, nein, er macht einen Ofraska. Moro ist tot.